Und wir bräuchten Oakwood und da ist der erste, da sind die ersten beiden Oakwood-Bäume schon wieder. Noch mehr Holz, noch mehr Holz, gib mir dein Holz. Holz, 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 Holz. So, zack. Und zack. Ach, ist das schön. Und da ist noch ein Holz, noch ein Holz gespawnt, noch ein Baum gespawnt. So, und jetzt, wo sind, ich habe keine Sublings mehr dabei. Ach stimmt, ich hatte ja gerade alle gesetzt. Da ist schon der erste. Ja, das Wichtigste ist immer sofort den Wald wieder aufhorsten. Ja, man kann es natürlich auch später machen, aber wenn man es sofort macht, dann vergisst man es wenigstens nicht. Ups, du kommst da hin und du kommst da hin. So, und kriegen wir wieder Bonus raus. Ach, keine Ahnung, ich mache erstmal jetzt das Dach weiter. Und erstmal die, ach ne, wir brauchen eh alles, was wir jetzt kriegen können. Zack, 10 Stück, 40. Es gibt ja mittlerweile auch diese Blöcke, die, ähm... Hä? Stein, Stein... Irgendwas mit Stein, ähm, hm... Stonecutter, genau. Es gibt ja jetzt mittlerweile die Stonecutter-Blöcke. Ja, das können wir hier drauf machen, das können wir hier drauf setzen, das ist doch schön. Ähm, diese Stonecutter-Blöcke, die, ähm, Endeffekt... Ne, genau, andersrum. So. Ähm, mit denen man, ähm, Steinstufen und sowas machen kann, wo man dann wirklich mehr rauskriegt, als mit dem normalen Crafting-Table. Aber, für Holz gibt's das nicht, das wär wirklich was, das vermisse ich noch. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's ja so ein, äh, wie heißen die Dinger? So ein, so ein, so ein, so ein Datapack, dass man, ähm, mit diesen Blöcken auch Holzstufen und sowas machen kann. Aber, das ist wirklich was, was ich vermisse, muss ich sagen, in Minecraft. Gerade, weil es ja mittlerweile diese Tausenden von Updates gibt. Uh, und zwei Äpfel, das ist doch schön. Ähm, ja. Also gerade, weil es jetzt immer mehr Updates gibt und immer mehr solche Sachen und gerade so einen besonderen Block. Genau, Stonecutter-Block heißt der ja auch. Ähm, ja, dass es da eben keinen Woodcutter gibt. Das fehlt noch so ein bisschen. Wobei, wenn ich überlege, ganz, ganz früher, ähm, wenn man dann eine Treppe abgebaut hat, weil, ähm, der Platz, wo die gesetzt wurde, doch nicht so gut gefallen hat oder die falsch gesetzt wurde, dann hat man diese Treppe, die man aus vier Holzblöcken gecraftet hat, verloren und dafür gerade mal einen Holzblock zurückbekommen. Mittlerweile kriegt man ja wenigstens die Treppe zurück, was ja auch irgendwie Sinn macht. Aber früher war das schon echt, äh, extrem, muss ich sagen. So, genau, dann kommen hier, da könnten wir hier auch vielleicht, äh, sowas, gucken wir gleich mal, wie das aussieht. Ähm, ähm, vier, eins, zwei, drei. Jo, das sieht doch schon mal schön aus. Vielleicht passt das ja so. Und ich glaube, ich mache uns nochmal einmal Leitern, dass wir die wirklich bis oben durchziehen können. Genug Stiggis haben wir jetzt eh. Jo, und eins, zwei, genau. Haben wir sogar eine noch über, die packe ich mal zur Seite. So, 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 und wenn wir Glück haben, kriegen wir dann jetzt wirklich noch das Holz fertig. Vielleicht ja sogar in dieser Folge. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind. Könnte ich mal auf die Zeit schauen, aber ich glaube, ja, das könnte doch, äh, eventuell hinhauen. Wir bräuchten halt noch ein bisschen Oakwood. Und, das heißt, einer der Bäume müsste wachsen. Wobei, der Baum hier passt ja auch nicht so gut. Und es regnet. Es regnet. Die Erde wird nass. Mann. Wer von euch kennt das eigentlich noch? Also dieses, dieses, dieses Lied. Es regnet, es regnet. Die Erde wird nass. Weiter kann ich es nicht mehr. Schade um den restlichen Satz. Nein. Nein. Also das mit so dem Spontansinn, muss ich sagen. Da muss man erstmal wieder reinkommen. Das war eine lange Zeit. Jo. Mann, ist das dunkel. Aber es ist, glaube ich, kein Gewitter, oder? Nee. Äh. Nee. Kein Gewitter. So, jetzt haben wir nochmal elf Holz. Das sollte eigentlich reichen. Wie viel brauchen wir denn überhaupt noch? Ich will jetzt nicht zu viele Stufen machen, um nicht zu viel zu verbraten. Ich sollte hochgehen, um das zu gucken. Äh, ich will nicht zu viele Stufen machen, um das jetzt nicht alles, äh, um da nicht Holz zu verbraten, weil für was anderes brauchen wir die Oakwood-Stufen ja gerade nicht. Zwei in der Höhe und, also zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn. So, vier, acht, zwölf, sechs, zehn reichen. Und dann brauchen wir nochmal ein paar Slabs. Zwölf, wir brauchen, das könnte reichen. Das könnte sogar reichen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn. Eins, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, sieben, acht, neunzehn. Das könnte knapp reichen. Unglaublich. Aber wahr. Da könnten wir eventuell auch an die Enden nochmal so, äh, Treppen setzen, die hier nach oben gehen. So, hier dürfen wir keinen Schaden bekommen. Genau. Das sieht schon mal schön aus. Wie sieht es von vorne aus? Das kann man so auch anbieten. Das hier ist noch ein bisschen irgendwie, hm. Wirkt sehr hoch. Hier könnte man noch irgendwas dran machen vielleicht. Ich hab auch schon eine Idee, was wir da tun könnten. Und dann dürften wir das Haus, glaube ich, noch in dieser Folge fertig bekommen. Äh, Spruce Trapdoors. Da brauchen wir mehr von. Ich mach nochmal. Erstmal für eine Seite. Ehm. So. Und mit die Spruce Trapdoors. Die packe mal dorthin. Und dorthin. Und dorthin. Ach, jetzt ist natürlich der Baum ein Weg. Ja, dann sieht das aus, als wäre hier oben so ein bisschen Balkon. Das ist doch ganz schön. Dann machen wir das auf der anderen Seite auch nochmal. Das heißt, eh, einmal so. Und wir brauchen sechs. Also zweimal. Und so. Und so. Und dann haben wir dreimal die Spruce Trapdoors bestellt für die Dach. So, und. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei. Und damit. Ladies and gentlemen. ist das Haus geschlossen. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Ja. Unglaublich. Aber. Wir haben unsere erste Hütte fertig. So, und da könnte man hier oben vielleicht. Ich glaube, die Kisten müssten hier ja sogar aufgehen unter den Treppen. Kaum gehe ich hier auf den Dach, wo knarzt es im Raum. Ähm. Theoretisch müssten da oben Kisten hingehen. Könnte man doch. Ich habe jetzt natürlich keine mehr. Dann hätten wir da oben schon mal ein bisschen was zum Lagern. Das reicht natürlich auch noch nicht. So. Und machen wir einfach nochmal eine Kiste. Und schauen wir mal, ob das geht. Ja. Das ist doch gut. Dann kann man hier so ein bisschen einfach lagermäßig was machen. Da könnte man auch. Oder man macht hier oben auch das Bett hin. Wobei. Ich finde das hier unten gar nicht mal so schlecht. Jetzt einfach hier so ein bisschen so eine Workstation. Ein Bett. Wo wir hier noch ein bisschen was drumherum bauen könnten. Und mehr soll es hier ja auch gar nicht werden. Mehr will ich hier nicht. Ich möchte hier wirklich nur so eine winzige kleine Starterhütte haben. Wo wir uns die Grundlagen zusammensuchen können. So. Das sieht jetzt hier aber fertig aus. Puh. Zum Glück. Und eins und zwei. Langsam wird es was. Ja. Das Haus ist auf jeden Fall fertiggestellt. Das ist doch schon mal schön. Haben wir es doch noch. Ich glaube in dieser Folge geschafft. Schu-Bi-Dubi-Dubi-Dubi-Dubi-Bi-Bi-Bi. Ich verstehe auch noch nicht wann es hier Nacht wird. Und ich laufe hier auch. Es ist gerade nur Beschäftigungstherapie. Ich durch die Vordertür rein. Durch die Hintertür raus. Ein bisschen um die Ecken rum. Jo, hiermit können wir nichts anfangen, ne? Ne. Oder kommen hier auch die Nien raus. Ach, hier kommen auch Saplings raus. Das wusste ich gar nicht. Na, guck mal. Da haben wir nochmal Saplings. Seeds. Die Samen. Die Samen des Weizens. Gebet mir die Samen. So. Unser Feld ist... Unser Riesenfeld ist bald voll angepflanzt. Das sind doch schon mal super Voraussetzungen. Ich glaube, die Sonne ist mittlerweile da hinten irgendwo. Da müsste auch der Mond bald aufgehen. So. Können wir jetzt... Ne, wir können aber noch nicht. Ich bringe hier nochmal ein bisschen Ordnung rein. Das Oku lasse ich gerade mal da. Das Pusewutte nehmen wir mit. Crafting Tailman nehmen wir mit. Cobblestone und Dirt nehmen wir mit. Das lassen wir hier. Und das lassen wir hier. Das packe ich mal dazu. Die Oaksstufen lassen wir hier. So viel Essen brauchen wir nicht. Ich mache es nur mal voll. 14 Torches haben wir noch. Oh, jetzt haben wir auch einiges an Zepplings. Ähm... Ähm, 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 ähm... So. Da kommt der zweite rein. Und die Apple haben wir auch. Da ist nichts mehr drin. Macht Sinn, noch irgendwas zu schmelzen? Ich glaube nicht. Ne, das sieht nicht so aus. Ähm... Was ich jetzt nochmal mache. Zack, 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 zack. So, 62 Torches. Und, äh, was wir noch machen können. Ist der folgende. So, ich mach mir das jetzt... Ach ne, noch... Noch haben wir mehr als genug Platz im Inventory. Ich packe die mal nach oben und mache uns nochmal eine zweite Steinspitzhacke. Das ist ein Steinschwert noch. Ja, das brauchen wir erstmal auf. Oder wir... Na, wir können ja eigentlich... Da müssen wir ja nicht so geizen. Ähm... Machen wir das mal so. Das hat... Ein Attack Damage mehr. Dann haben wir eine Iron Pickaxe. Rest in Stein gemeißelt. Die fünf Stickys können wir noch brauchen. Und dann können wir gleich mal auf eine Höhlentour gehen. So, aber ich glaube... Jetzt können wir doch längst schon mal... Genau.